Kett, nach rechts! Wir müssen sie flankieren! Jawohl, Kommandant! Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant! Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert! Geschickt bereit! Das sind unsere Soldaten! Gib mir den Feuerschutz! Behalten Sie die Fenster da im Auge! Einsatz bereit! Über diese Stellungen! Abstand voraus! Alle Mann bereit halten! Abstand voraus! 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 Die Panzerung hat gehalten. Die Panzer zerstört. Vor links, Schwarzer. Die Panzer zerstört. Gute Arbeit. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Das spielt keine Rolle. Sie sehen uns nicht im Achsen. Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigungen. Die Amerikaner laufen da voll. Stefan hat Ihnen Angst gemacht, hä? Schöne! Ha, 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 ha. Halt! Er ist erledigt. Artillerie! Anton 1, schalten wir die Artillerie-Stellung aus dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole. Alle Artillerie-Stellungen müssen feststellen. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Wir rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist die Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Gnade ist die Schwäche. Gestell dich der Treffer! Kein Durchschlag! Wir sehen uns beim nächsten Mal. No chance! Artillerie Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Schnepper! Das müsste die letzte Artillerie Stellung gewesen sein. Was war das? Wir brauchen Deckung! Anton 1! Einzige Panzerdivision versucht den Platz zu hüten! Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott! Das ist eine Falle! Mein Gott, die Schnauze, Hartmann! Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Sprengen Sie sich gefälligst! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Hier ist das, was wir wieder zu kommen! Der Kampf России ist aus. Geh! Dann gehen Sie sich auf, was wir sehen? Es gibt dann ein paar Kräuse! Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. B Reden. Wir müssen uns durchlaufen. Spannende Musik Schaut mir leid, es ist ziemlich häuslich hier. Verdammt. Scheiße, die Panzerung gibt nach. Scheiße, die Panzerung bricht. Unsere Panzerung wird schwächer. Gut, Kertz, legen Sie los. Komm schon, komm schon! Wie kommen Sie voran, Kertz? Nur noch eine Sekunde. Das Ziel ist erledigt. Keton! Scheiße! Und nur eine Leitung, Pipeline on! Doch, deine Treffer überleben wir nicht. Wollen Sie, woher wir aufgebildet wurden?